Herzlich Willkommen bei Rotpunk. Wir sind heute in unserer, meiner Meinung nach, einer der schönsten Küchen, die wir hier haben. Unsere Memory R.I. Das ist eine funierte Front mit Rillen drin, wie man hier sieht. Wir präsentieren dieses Produkt hier nicht nur als Küche, sondern auch für den Bereich des Wohnraums. Das sieht man hier drüben ein bisschen. Das sieht aus auf Präsentationen, wie man sie im Wohnbereich finden kann. Wenn wir ein bisschen über unser Produkt reden, reden wir sehr, sehr stark auch schon seit vielen, vielen Jahren über das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben vor einigen Jahren unser Greenline-Produkt gelauncht und haben das mittlerweile so weit weiterentwickelt, dass alle unsere Produkte FSC-zertifiziert sind. Wir streiten damit ein Stück weit Nachhaltigkeitsgeschichte, nicht nur für uns, sondern auch für die nachfolgenden Generationen, durch einen sehr, sehr hohen Anteil an Recyclingholz in der Spanplatte und gehen damit einen ganz neuen Weg, um noch nachhaltiger zu werden als Unternehmen. Vielen Dank.